Herzlich Willkommen zu Harry Potter Lego Die Jahre 1 bis 4 und geht weiter mit der Geschichte. Geschichte fortsetzen! Ich bin nämlich auch wieder dabei. Yay! So, was müssen wir als nächstes machen? Den Quirrell folgen. Verquirlen müssen wir den. Der läuft ja mit irgendwelchen Knochen rum oder was weiß noch immer. Da ist Nick, wir müssen Nick hinterher. Stimmt, der weiß noch nicht. Nein, Nick. Ich hab den Unsichtbar... Nein, Mine! Nein! Ich hab ja Mine! Und ich hab ihn mit dem blöden Unsichtbarkeit gemacht. Ja, das war die Strafe. Scheiße, das wird nichts, das wird nichts. Nein! Aber wer macht das? Winken! Oh! Oh! Mann, ich hab nur Harry mit dem Unsichtbarkeitsmachenden Unsichtbarkeitsumhang. Der, der Unsichtbar macht? Wie war das gleich? Unsichtbar machende Unsichtbar-Undikeitsumhang. Oh, wir sind schon da. Der wird ja schon gespoilert. Der wird schon mega gespoilert. Der wird schon mega gespoilert. Wer der Böse ist. Achza! Im Film denken sie ja noch, dass Snape der Böse ist. So, was Böse hat's tut... Ach, da können wir... Da müssen wir... Ja, der macht jetzt... Nee, nicht oder? Nee. Ich geb nur dein Link jetzt sonst unter. So, was kann das denn? Wer kann das denn aufgeben? Wir brauchen noch mehr, glaube ich. Da... nochmal? Ja, du musst uns unternehmen. Nee, das ist nicht unternehmen. Nee, das ist nicht unternehmen. Ey, ich kann das Ding ja auch nicht aufnehmen, ne? Oder? Das reicht auch nicht. Boah! Nee, du musst. Ne Ente! Toll, ne Ente! So denn... Ah! Das Ding an? Ja, nein, nein. Wir brauchen's nochmal. Wir müssen uns irgendwie da hoch zaubern oder was. Warte, wir müssen die Ente... Oh, wo müssen wir denn überhaupt lang? Ande vorbei! Warte, wir müssen die Ente... Warte, wir müssen die Ente... ... und ich bin... Ach, ja, 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 ja. Oh, ja, ja. Man muss beide sind. Ah, so. So einfach geht das. Ach, jetzt kommen die Harfe wieder an. Ja, genau! Pfeifelschlinge! Ach! Okay, du musst dieses helle Ding machen. Ja. Ja, den... ... und dann lassen wir ihn noch. Ach, der Von! Oh, was ist das? Nein, ich bin da reingefallen! Wieso, wir müssen alle befreien jetzt? Ach, der Von! Den will keiner haben! Vielleicht ist das irgendeine Truhe oder sowas. Was kann die? Ja, jetzt Silber, dick. Ich kann mir nichts machen. Erstmal! Ja, damit können wir nichts machen. Wenn Silber leuchtet und klemmt, dann kann man da nichts machen. So, das ist der von schlingeln. Schlingen! Schlingeln! 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 Ah, jetzt müssen wir den fliegenden Schlüssel fangen. Gut, dass ich Harry habe, denn nur Harry kann gut fliegen. Ich finde, bei Lego-Spielen ist das so, man kapiert es eigentlich nur, wenn man die Filme gesehen hat. Ja, aber auch so. So. Was können wir denn jetzt hier machen? So, wir starten, das muss man nicht machen, denn... Da, genau. Da! Ach, der hat jetzt einen Besen. Genau. Gib mir jetzt den Besen. Nur Heavy-Candos. Na. Äh, wie steigt man auf? B, glaube ich. Oder X. Y? Y. Nein. Hä? Ich habe schon wieder alles vergessen. Nee, das ist gut. Ich will ja auf diesem schweiß Besen, ey. Y gedrückt halten. Ach, gedrückt halten. Na. So, dein... Wie steige ich denn? Oh, das ist... ...X. Irgendwelche Kasten, die so gedrückt halten. Ah, mit A. Ich muss jetzt auch steigen, muss ich sagen. So, schnapp... ...die erst mal die Punkte. Weiß nicht, wie man den da singt. Ich glaube, nochmal automatisch, wenn ich ihn bleibe. Nee. Ich will sinken. Oh, ich war's. Ich habe unten geschossen. Bla, bla, bla. Warte. Ja, ich warte noch. Gibt es hier oben, ob irgendwas tolles ist. Schüler in Gefahr. Yay. Sogar mit den wahren Abenteurer schaffen. Äh, nein. Ah, doch. Wir haben einen... ...Stickbomb. Als wenn ich hier den Flas steige. Das müssen wir gerade gar nichts machen. Oh, ich glaube, die greifen uns an, wenn wir den zu nah an. Wir müssen hier irgendwie kämpfen. Aber wir... Hier, da steht irgendwas dran. Da steht nur B2B. Hier. Ach, einer muss das Pferd nehmen. Nee, aber ich kann ich ihn nehmen. Boah, ich bin noch in der Karte. So, du kämpfen die sich... Ach, du musst die ja einfach zu kämpfen lassen. Wenn du dir einfach irgendwelche Finger nimmst. Da ist noch ein Pferd, wahrscheinlich, ja. Da musst du ordentlich groß nachdenken. Kann man das nicht reiten lassen? Ja, das ist ja nicht unser Pferd, ne? Stimmt, das ist ja schon. Ja, hier liegt ja jetzt nur da. Ah, ja, man muss die mit Lumos antitten. Dann reifen die an. Mit Lumos. Ah, da musst du rein. Stürm. So, Königin. Oh, wir haben nur noch einen König und wir haben mehr. Ich bin schon wieder runtergefallen, ey. Das Pferd doch. Ja, gut. Pferd mit dem D-One noch opfern kann. Ja, ey. Ja, ey. Ich will das mal auf Machtregnahmen. Wie macht man das? Die antitten. Wie? Ja, mit X habe ich das mal gemacht. Ah, wir müssen irgendwas reparieren, halt mal. Da. Ah. Da war ich zu. Was? Ich bin da, wenn wir heute hier. Keine Ahnung, wo halt. So, da wacht weiter. Bum. Was denn, Undercover-Dings? Hey. Ich hab's überhaupt nicht geblickt. Lime One muss auch erlangen. Nein. So, ist es richtig. Let's go. Let's go. Fight, fight, fight. Ja, wie ist los? Klar. Kein Endfight ohne Lava. Oder Feuer. Oder irgendein. Nicht mit dem Boden. Oh nein, der hat sich angeschossen. Okay, das mit dem wahren Abenteurer wird nichts mehr. Oh, das ist eindeutig nichts mehr. So, mit was? Der Unsichtbarkeit macht der Unsichtbarkeit rum. Oh, der wirft mit seinen Köpfen rum. Oh, naja. Ey, warum sieht er mich, obwohl ich den Unsichtbarkeit mache? Unsichtbarkeit mache. Voldemort. Ah, du musst die Köpfe kaputt machen. Du musst die Köpfe zurückwerfen. Das ist jetzt. Ja. Mal warten. Eine muss dafür sterben. Ah, rüber. Nein. Ach, die Schlampe. Muss immer rumhüpfen. Ich schmeiße ihn jetzt rüber. B. Boah. Fight. Ja, ich konnte gerade noch die Steine einsetzen. Der hat doch verknallt ihn. Ach, den. Ah, den sind wir kapper. Ich glaube, wir oben wollen so gehen. Ja. Springen, springen. Scheiße. Nein. Nein. Uh. Werfen. Nein. Wir fielen doch richtig. Wir fielen ins Feuer. Ich weiß, er war da rüber. Ich weiß, er war da rüber. Oha! Nein! Ja. Ah, jetzt wird's immer weniger. Oh, das wird's vielleicht anstrengend, wenn wir da hinkommen wollen. Guck ich da eigentlich nur auf dich? Nö. Doch? Nö. Schon, ich bin einfach immer nur aus wie wenn man voll rein und reingerankt. Ich glaube jetzt gleich wirft er seinen Kopf. Mein Gott! Aufstehen! Nein! Verdammt! Boah, das ist voll schwer da. Ja, okay, gut. Bam, bam, bam. Guck! Oha! Guck! Ah! Ich hab's gesagt. Sehr gut. Yey. Yey. Ich darf eingesammelt werden. Nein, das wollen wir gar nicht sehen. Yey. Yey. Nein. Und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Mal. Tschau.